Unser Dokumentarfilm Jurassic Road ist endlich im Handel erschienen und wir wollen heute kurz darüber sprechen, warum wir ihn für unseren relevantesten Film halten und wieso trotzdem noch Ergänzungsbedarf besteht. Das hier sind also gewissermaßen Anhänge zu unserer Doku. Aber erstmal, worum geht es eigentlich in Jurassic Road? 2015 sind wir mit einem schrottreifen Wohnmobil auf einen Trip nach China aufgebrochen, um dort den mechanischen Dinosaurier Malcolm abzuholen, den wir für unser anderes Filmprojekt Space 1889 brauchten. Wir lernten jede Menge spannende Menschen und die Volksrepublik China von einigen ihrer schlimmeren Seiten kennen. Es gab Pannen und dramatische Momente und ohne die Hilfe dieser großartigen Community wäre die Sache nicht so glimpflich ausgegangen. Der Film wurde damals von Daedalic Entertainment finanziert. Wir haben ihn gedreht, weil wir Lust darauf hatten, so etwas zu machen. Nicht aus finanziellem Interesse. Unsere Jobs und Patreon erlauben es uns ja, auch mal acht Wochen von unterwegs zu arbeiten. Daher geht jetzt auch der komplette Gewinn durch den Film an Daedalic. Wir würden uns aber freuen, wenn sich das für diese Firma lohnt und sie ihre Investitionen auch wieder reinbekommen könnten. Es gibt den Film auf Amazon und leider nur auf Amazon als DVD oder als Video on Demand. Ehrliche Reviews und Bewertungen helfen übrigens auch sehr. Aber das nur am Rande. In diesem Beitrag soll es um etwas Wichtigeres gehen. Der Film kam unter anderem deswegen mit so großer Verzögerung in den Handel, weil er 2017 und 2018 erstmal eine ausgedehnte Festival-Tour machte, um ein paar Preise einzusammeln, die er auch bekommen hat. Ende 2018 gab es dann eine Kinopremiere in Hamburg, aber fix und fertig war ja bereits 2016. Und auf diesem Stand ist der Film auch zeitlich. Dinge, über die hier nur gemutmaßt wurden, sind inzwischen geschehen. Städte sind umbenannt worden und vor allem das Regime der VR China ist noch menschenverachtender geworden. Und das bezieht sich nicht einmal auf Hongkong oder Tibet. In der Stadt Kashgar haben wir damals viel Zeit verbracht und wir haben die dortigen Spannungen erlebt. Den Rassismus, die Überwachung durch die Regierung. Keiner wollte darüber mit uns reden oder auch nur mit dem Thema assoziiert werden. Daher wird es in der Doku auch nur gestreift. Wir wollten niemanden unserer O-Ton-Partner in eine verfängliche Situation bringen. Unser Guide fragte uns bei der Abreise, ob wir wieder nach Xinjiang kommen würden. Nico konnte sich nicht verknerven zu sagen, vielleicht, wenn ihr unabhängig seid. Der Guide wurde blass und schaute sich panisch um, ob das jemand gehört hatte. Das blieb uns im Kopf. Wir wollten diese Menschen nicht gefährden. Aber Kashgar ist nicht mehr das Kashgar, das in der Doku zu sehen ist. Damals war es deprimierend, heute muss es ein Elbtraum sein. Dazu etwas mehr Kontext. Xinjiang wurde 1949 von China annektiert und ist hauptsächlich von Uiguren bevölkert. Einem Turkvolk, das weitgehend muslimischen Glaubens ist. Die Uiguren sind mit der Besetzung durch China natürlich nach wie vor nicht glücklich. Wir hingegen haben uns mit den Uiguren prächtig verstanden. Während unserer Zeit in Kashgar haben wir sie als hilfsbereit, freundlich, pragmatisch und schwarz-humorig kennengelernt. Während unser von der Regierung gesteuerte chinesischer Guide all das nicht war. Für China ist die Region aber dank Rohstoffen und Grenzen zu Handelspartnern wichtig. Und Präsident Xi Jinping versucht daher verbissen, sie besser unter Kontrolle zu bekommen. Ursprünglich wurden zu diesem Zweck immer mehr Han-Chinesen in Planprogrammen von der Regierung dort angesiedelt, bis der Anteil der uigurischen Bevölkerung massiv geschrumpft war. In milliardenschweren Bauprojekten wurden im letzten Jahrzehnt dann Wohnraum und Bürogebäude in der Wüste hochgezogen und die Behörden versuchten Anreize für Firmen zu schaffen, sich in der abgelegenen Region anzusiedeln. Dass das nicht so richtig geklappt hat, haben wir bereits 2015 gesehen. Geisterstädte und näherstehende Wolkenkratzer haben wir auf dem Weg immer wieder angetroffen. Angeblich ist es die instabile Lage in Xinjiang, die die Menschen davon abhält, sich hier freiwillig niederzulassen. Denn gerade in den letzten 10 bis 20 Jahren wurde Xinjiang immer wieder von Terroranschlägen erschüttert, in denen von uigurischen Tätern gezielt Han-Chinesen als Opfer ausgewählt wurden. Der Hintergrund ist unklar, die Gewalttaten lassen sich leicht als islamistischer Terror lesen und sie werden sie auch dargestellt, wenn es denn Berichte gibt. Fakt ist aber auch, dass es immer wieder Proteste gegen die Regierung in Beijing gab. Das Regime zog als Reaktion andere Seiten auf. Das Anfangsstadium haben wir 2015 erlebt. Sicherheitskameras an allen Kreuzungen, willkürliche Personenkontrollen vor belebten Straßen oder an Ortsausfahrten, die jedoch nur Uiguren betreffen. Uiguren werden abgewiesen, wenn sie die Landstraße benutzen wollen, während die Autobahn unerschwinglich teuer ist. Nico wurde wegen seines etwas dunkleren Teins ab und an von Polizisten angehalten, die sich jedoch schnell durch den deutschen Pass abwimmeln ließen. Die Stimmung war schon damals angespannt. Unsere uigurischen Kontakte hatten wenig Gutes über die Chinesen zu sagen und umgekehrt. Die Han-Chinesen, mit denen wir sprechen konnten, machten keinen Hehl daraus, dass sie die Uiguren für eine unterlegene Kultur hielten. Für die Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag des autonomen Gebiets Xinjiang hatten die Bewohner Kaschkas nur bitteren Hohn übrig. Bei dieser Stimmung überrascht es kaum, dass die Uiguren am Ende wirtschaftlich außen vor bleiben, auch wenn die Regierung Milliarden in die Region pumpt. Seit wir Kaschka im Oktober 2015 verlassen haben, hat sich die Lage in der Provinz Xinjiang massiv verschlechtert. Wir haben damals ausgelassen gefeiert, China endlich hinter uns zu haben, während das Regime von Xi Jinping dort seitdem einen beispiellosen Überwachungsstaat aufgebaut hat, der von der New York Times mit Nordkorea verglichen wird. Dass China ein Sozialpunktesystem eingeführt hat, bei dem es für kleinere Vergehen wie Ruhestörungen oder über rote Ampeln gehen Abzüge gibt, ist zwar immer noch schockierend, aber nichts Neues mehr. Wer zu viele Punkte verliert, büßt Privilegien ein. Nur redliche Bürger dürfen zum Beispiel eine Auslandsreise antreten. Der Staat überwacht dafür auch, wie viel Zeit seine Bürger mit Zocken oder im Internet verbringen oder auf welchen Seiten sie surfen, auch auf mobilen Geräten. Gesichtserkennungssoftware überwacht, ob auch angemessen auf ein Video einer Rede von Xi Jinping reagiert wird. In Xinjiang geht das alles noch einen Schritt weiter. Ein massives Polizeiaufgebot wurde in der Region aufgebaut. Laut einem Spiegelartikel sind heute mindestens 0,5 Prozent aller Menschen der Region Polizisten. Viele davon sind verdeckte Ermittler, die scheinbar zwanglosen Smalltalk betreiben, um die Uiguren auszuhorchen. Die Polizisten führen Smartphone-Kontrollen durch und suchen nach verbotener Software beziehungsweise stellen sicher, dass verpflichtende Überwachungs-Apps auch wirklich installiert sind. Die Dichte der Sicherheitskameras und Personenkontrollen wurde massiv erhöht. Uiguren mussten seit 2016 ihre Reisepässe abgeben, ihre DNS archivieren lassen und dürfen das Land nicht verlassen. Jede Moschee wurde mit einer Wachstation versehen, was dafür gesorgt hat, dass die Gottesdienste verwaist sind. Die Bürger werden angehalten, verdächtiges Verhalten ihrer Nachbarn sofort zu melden, um nicht selbst bestraft zu werden. Verdächtiges Verhalten ist bereits das Lesen des Korans. Kaschka sieht auch nicht mehr so aus wie auf unseren Bildern. Um die Stadt leichter überwachen zu können, hat die Regierung die Altstadt von Kaschka abreißen und durch übersichtlichere Promenaden ersetzen lassen. Das Projekt war schon 2015 im Gang und wir wissen selber nicht, was hier original ist und was nur ein Schala-Ersatz. Viele Viertel der Stadt sollen heute Geisterstätten gleichen. Sie sind menschenleer, die Hälfte der Läden sind verrammelt. Denn ein relevanter Teil der Bevölkerung, manche Quellen sprechen von bis zu einer Million Menschen, sitzt in sogenannten Fortbildungslagern. Dort werden die Gefangenen Gehirnwäschen unterzogen, es wird ihnen verboten, ihre Religion auszuüben und sie werden für mindestens ein Jahr von ihren Familien getrennt. Laut einem ABC-Radiointerview mit einer Sprecherin der Uiguren werden die verschleppten Menschen in ihren Familien durch chinesische Beamte ersetzt, die deren Verhalten beobachten sollen und daher bei ihnen einziehen. Das alles angeblich im Namen des Kampfes gegen den Terrorismus und für die Zukunft der Region. Konfrontiert mit diesen Tatsachen geben chinesische Sprecher aber immer die gleiche Antwort. Das sind alles Fake News. Uns war es wichtig, dass diese Entwicklung im Zuge unserer Dokumentation nicht unerwähnt bleibt, auch wenn es sich jetzt nur um einen Nachsatz handelt. Möglicherweise war euch die Problematik bereits bekannt, aber für unseren Geschmack wird noch zu wenig darüber gesprochen. Weitere Berichte haben wir in der Videobeschreibung verlinkt.